Dr.Flex bitte in den OP, Dr.Flex bitte in den OP Dr.Flex bitte in den OP, Dr.Flex in den OP Was ist das? Okay, das ist wieder Bob Und er hat wieder eine Herztransplantation Aber diesmal im Korridor Im Korridor? Hab ich das jetzt richtig gelesen? Eine Herztransplantation im Korridor Ähm Alter, was ist das denn? Das Ding Ja, natürlich, genau Aha, okay Jetzt noch hier Herzlich willkommen bei Surgeon Simulator For Speed Was? Oh ne, oder? Need for Speed Surgeon Simulator Herzlich willkommen hier Vielleicht sollte ich mal den Hammer nehmen bevor die nächste Tür kommt Ja, wenn ich mal Wenn ich mal an den Hammer drankommen würde Ach du Scheiße, jetzt noch auf Zeitdruck, das gibt's doch gar nicht Ist das geil Das ist so geil, auch noch unter Stress hier Ich kann mich gar nicht mehr an die Herztransplantation erinnern War das richtig so mit dem Hammer? Ich glaub schon, ne? Aber ich glaub wir haben den anders gehalten, ne? Boah Boah Und war das überhaupt der richtige Hammer? Wo hab ich denn hin? Wo hab ich denn hin? Ja, ich glaub das war richtig Stimmt und dann haben wir ja Ja, 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 ich kann mich entsinnen Boah ist das cool Weil wir das waren Ja, ja, genau Ich bin so lang Und dann noch die fetztige Musik da Yeah Ahak 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 Was ist das? Was? Was? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind schon draußen. Das Krankenhaus gibt's nicht mehr. Kumpel, wir schaffen das. Uah. Uah. Okay. Äh. Ja, so die Lunge. Äh. Die Hume später wieder. Ja, die Hume später wieder. Erstmal drüberfahren über die Lunge. Hihihi. Oh, ich glaub, ich brauch doch nochmal den Hammer. Ah, da ist der große Hammer. Hallo, bleib hier, Hammer. Hammer, bleib hier. Ich glaub, ich brauch doch nochmal den Hammer für hinten. Ja, bis jetzt sieht's noch ganz gut aus für ihn. Ganz, ganz gut. Sehr schön. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt ein Skalpell. Das liegt hier. Uah. 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 Schneiden wir da oben mal ab. So, und dann war das, glaub ich, hier schneiden, irgendwie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaub, da oben müssen wir das auch irgendwie abschneiden, mein ich, wär das gewesen. Nacki abherz. Ja, sehr schön. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. nein so dass schon mal das alte herz das schmeißen wir schon mal raus das haben wir schon mal weg ich muss noch irgendwie das eine teile loskriegen aber am besten wäre natürlich ich sehe überhaupt nichts was ist denn hier los das jetzt richtig abgeschnitten weiß es gar nicht schnibbel die schnipp machen wir mal und ich brauche definitiv gleich eine spritze ich glaube das ist schon mal die spritze für ihn jetzt brauchen wir gleich die neutrale spritze mal eben weil da ist das cool ich bin dr flex ich führe mich so hallo ich brauche die andere spritze wo ist die wo ist denn ich sehe überhaupt nichts hier was kommt denn da angeflogen ist das die neutrale das die neutrale ne komm erneut oh gott sei dank gott sei dank so was jetzt hier aber trotzdem noch mal ein skalpel ich habe das gefühl dass wir unten noch nicht richtig geschnibbelt haben ich weiß gar nicht müssen wir das eigentlich rausschneiden ich weiß es gar nicht auf jeden fall jetzt noch mal eine spritze und das herz am besten ur.. ImManiel und sie lnv Zielsagen als in der fehlen so was haben wir hier und dann sind die selben tischer bei jeder sind die spritze als seck Nein. Aber dann sollten wir mal so schnell wie möglich, so schleunigst mal das Herz probieren. Alter. Probieren wir mal das Herz mal da reinzupacken. Hallo. Hallo, lässt du wohl los? Nimm das Herz. Und pack es einfach mal da rein. Gehst du wohl da oben? Yes. Das muss so richtig flutschen. Die Trophäe habe ich gerade bekommen. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Ja. Auf geht's weiter. Das ist ja mal geil. Was haben die sich denn ausgedacht bei Augen-OP? Sitzt der Typ dann im Rollstuhl? Nierentransplantation auch im Korridor. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Und Augen auch im, äh, äh. Ach, im Fahrstuhl wahrscheinlich, die Augen-OP. Vielleicht im Fahrstuhl? Ich weiß es nicht. Ähm, Nierentransplantation. Oh Gott, wie war es denn nochmal gewesen? Mit der Nierentransplantation. Oh Gott, so lange her. Ach ja, mit der Wurst. Die Wurst erstmal rausschneiden. Die Conchita. So. Da müssen wir jetzt erstmal die Conchita schneiden. Wo mussten wir da nochmal schneiden? Weiß gar nicht, war das jetzt hier richtig mit dem Schneiden? Nee. Hier, glaub ich, war das, ne? Ich glaub hier, oder? Ja. Und wo war das noch? War das hier? Ja. Dann war das da hinten, glaub ich, noch irgendwo mit dem Schneiden, ne? Kann das sein? So, legen wir mal hier ab. Dann fährt der Tisch weg. Komm her, du Kackwurst. Komm her, du Kackwurst. So, weg mit dir. Okay. Ja, da oben müssen wir, glaub ich, noch schnibbeln. Huch. Ist das richtig rumgenommen? Nee. Was haben wir hier? Haben wir hier noch? Uah, jei. Ah, da ist noch. Uah. Nein. Nicht, dass hier alles wegfliegt. Hier, riech mal dran. Hm, da kommt deine Kacke raus. Nehmen wir mal das Ding an hier. Vielleicht bringt das auch was. Ausprobieren wir, ob wir das da hinten irgendwie schnibbeln können. Ah, hier unten müssen wir, glaub ich, schneiden. Ah, ich kann irgendwie nicht die Hand so richtig drehen, da wo es hin muss. Ne, das ist nicht Sinn der Sache. Vielleicht mit der Schere. Ne, ich muss tiefer irgendwie da, glaub ich, muss ich irgendwo... Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Öh. 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 Ja, nimm weg da, so, hier. Da ist er. So, ähm. Das ist gar nicht mal so schlecht aus, diesmal. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Komm da raus, du Kackwurst. Komm da raus. So, hoi. So, das Ding, da müssen wir da hinten noch abschneiden. Da bin ich nochmal neu schlüssig. Da müssen wir auch ins... Uah, da geht schon wieder meine Uhr flöten. So, da kommt ein Tisch. Tisch. Ja, die liegen aber alle so... Ich glaub, ich werd mal die Spritze nehmen. Wenn ich sie bekomme. Wenn ich sie bekomme. Und ihm mal eine verpassen. Zack. Sehr schön. Ich glaub, ich werd die hier mal ablegen. Das ist, glaub ich, ne gute Idee. Weil dann hab ich die immer parat. Immer am Mann. Klein wenig mal verrutschen. So nach da. Genau, so. Genau. Da liegt die gut. Jetzt brauch ich aber ein Skalpell. Uah, da. Ist das ein Baby, was da immer schreit? Huch. Uah. Nein, da geht die Nieren gleich flöten. Alter Falter. Der kommt denn auf solche Ideen? Kann mir doch mal einer sagen? Der kommt denn bitteschön auf solche Ideen? Nimm das, Skalpell. Nimm das. Mhm. Ich hab ganz viele Fänger. Ja. Der kann auch nicht Klavierspieler werden. Nehmen wir mal die... Ah, Scheißkiste ja weg. Da ist ein Skalpell in der... In der Kaffeetasse. Das ist eher super. Na toll. Super. Lass die Scheiß-Kaffeetasse los. Wir haben noch keine Kaffee-Pause. Mensch, das Kinder. Warte. Scheiße. Funky. Groovy. Funky. Groovy. Funky. Da ist ein Skalpell. Nimm das bloß. Nimm das. Oh, nimm noch das Skalpell. Oh nein. Wow. Ähm. Ich werde jetzt ganz schnell mal die... Mann, lass die Scheiß-Lass doch die Scheiß-Dose los. Ey, was? Warte, 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 warte. Oh nein, das ist kacke so. Das liegt total bescheuert, das Skalpell. Ja, das sieht schon besser aus. Das war noch nicht hundertprozentig. Das war noch nicht hundertprozentig, aber immerhin... Wow, nein, 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 nein. Oh, ne, komm, ey. Nehmen wir hier von eins. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt müssen wir hier... Alter, wer operiert denn so? Kann man das mal einer sagen? Kann man mal einer sagen, wer so operiert? Während der Fahrt? Gibt's sowas? Da können bestimmt Fachmediziner unter euch, können wir das bestimmt sagen. Ja, ob wirklich Ärzte gibt, die gerade die Patienten operieren, wenn die gerade da mit dem Krankentransport rein gehievt werden. So, ich hoffe... Uah. Ich hoffe... Ich nehme das Skalpell da weg. Das ist nicht gut. Das könnt ihr mir bestimmt sagen, ihr seid bestimmt da Fachmediziner. Huch. Na, nimmst du wohl die... Nimmst du wohl die Niere da raus? So. Zack. Sieht aus wie kleine Köttelchen. Köttelchen. Komm da raus. Hallo. So, weg damit. Erstmal eine Spritze geben, den guten Mann. Ja. So, genau. Legen wir hier wieder ab. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir die Nieren haben. Die kommen bestimmt gleich angefahren. Doktor. Wo sind die Nieren? Oh, Schwester, wo sind die Nieren? Doktor, Herr Doktor, die kommen sofort. Die kommen sofort. Moment. Da kommen sie so. Nee, noch nicht. Vielleicht hier. Ja, da liegt schon eine. Oh, da liegt auch direkt die... Ja, die liegt glaube ich gut. Das ist mal nur die andere. Schnell kriegen, bevor die Tür kommt. Oh, die liegt natürlich falsch. Mensch. Hallo? Nimmst du... Das ist sowas mit... Der nimmt die... Hallo? Oh Gott, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Diese Fummelarbeit. Diese Fummelarbeit. Nimm noch diese scheiß Niere da in die Flosse. Ist ja... Nimm noch diese scheiß Niere da raus. Da ist doch so ein Kackwürstchen da. Da wirst du wohl greifen können, oder? Herr Doktor, was tun Sie da? Ach, Schwester. Ich kann meinen Würstchen auch nicht greifen. Irgendwie kriege ich das heute nicht hin. Ich habe irgendwie... Ketchup an den Finger, glaube ich. Mal, das gibt es doch nicht. Jetzt scheitert das hier an der Niere, die er nicht weiter will. Ist denn sowas möglich? Ich kann die Niere einfach nicht packen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann die Niere nicht packen. Das gibt es nicht. Ich verzweifle hier gerade mit dem Controller, weil ich hier am Fummeln bin wie so ein Gestörten. Ihr müsstet mich echt mal sehen jetzt hier. Och, komm. Und schiebe ich sie halt nach vorne. So. Oh, die rollt immer wieder zurück. Das ist ärgerlich. Nein. Roll doch da rüber. Sag mal. Meine Güte, gibt es hier nicht so eine Pinzette? Oder eine Schere ist doof. Das schneidet man. Pinzette wäre super. Das gibt es so nicht. Ich kann doch nicht die... Das liegt doch jetzt nicht echt an der Niere, dass sie jetzt hier in dieser Drecksecke liegt, wo ich sie nicht greifen kann. Das scheitert hier dran. Ich sehe das schon. Pinzette, Pinzette. Ne, nur eine Schere. Huch. Das kann doch nicht sein. Och, liebe Leute. Was ist das denn hier? Hallo. Hallo. Sag mal. Ja, das Würstchen da, das kann ich auch nehmen. Ah, ich habe ja nur Papierhände. Da macht er... Da sind die Papierhände weg. Ne, ich habe Gummihände. Ui, ui. Och, komm ey, das ist doch jetzt lächerlich, oder? Das ist ja jetzt echt lächerlich. Jetzt bin ich so ein bisschen... Jetzt so langsam... Jetzt so langsam geht es los. Ganz ruhig, Flex. Ganz ruhig, Flex. Jetzt so langsam... Ja? Brennt die Wut in mir. So langsam geht es los, ja? Ja? So langsam... Ich raste gleich aus. Und das nach doch mal einer Shooter-Spiele machen. Gewalttätig. Sag mal... Das gibt es nicht. Ich kriege die verdammte Drecksnir... Da ist eine Pinzette. Eine Pinzette. Nein, er nimmt die... Er nimmt die Scheiß. Oh, nimm bloß die Niere daraus. Nimm bloß die... Alter, jetzt hat er die Pinzette nicht richtig in der Hand. Ich drehe am Rad. Ich drief... Ja, sicher. Natürlich. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Ja, du bist ja ein ganz... Was? Wo kommt der denn näher? Hab ich denn jetzt aus dem... Okay. Achso, das ist die Alte, ne? Hm. Ach, das gibt es doch nicht, Leute. Was ist denn das? Es kann doch nicht sein, dass ich die Drecksniere da nicht rauskriege. Sag mal. Ist denn sowas möglich? Ja, ja, ja. Wo liegt sie jetzt? Da liegt sie. Ich muss sie da irgendwie rüberschieben vielleicht. Wenn ich sie schon nicht... Wenn ich sie schon nicht packen kann, dann muss ich sie irgendwie da vielleicht rüberschieben. Mein Gott, ich popel hier schon 11 Minuten, popel ich jetzt hier rum. Oh, 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 oh mach dich alle begegne mir noch zwei mal im leben da bin ich immer meine nieren op habe obwohl ich hatte schon mal eine gehabt muss ich dazu erzählen er ist keine schöne geschichte gewesen ich glaube tut jetzt ja auch nicht not aber wenn ich glaube ich noch mal eine haben sollte wenn ich den doktor sagen der doktor gucken sich mein let's play video an zu der nieren op im flur ich hätte gern auch im flur eine nieren op was macht die niere jetzt da hinten auch nähe kommen auch nein jetzt cool hat die wieder zurück ich hab glaube ich es kann doch nicht sein die niere ist doch ist doch schon drin kriegt die anderen rübergelegt dass ich vielleicht das so machen kann jetzt rollt die andere mir auch noch gleich darüber ein darunter dann krieg beide nicht raus ich kann die aber auch nicht da jetzt dann geh du wenigstens wo hängt wo häng ich denn jetzt hier hallo ja sicher jetzt ist die auf ne oder das glaube ich jetzt nicht mehr jetzt ist die andere in die andere was ist das denn was ist das denn ich hab gleich keine lust mehr oh man leute das macht doch keinen spaß so liebe entwickler warum muss man sowas so entwickeln das verstehe ich nicht das ist doch irgendwie ne ach komm ey das gibts doch nicht das ist doch jetzt das ist doch jetzt lachhaft ich habe jetzt keine lust ist neu zu machen deswegen ich würde das schon gerne so belassen ja die eine blatt da liegen das ist schon mal gut jetzt muss ich ja noch dazu bewegen darüber zu gehen irgendwie Niere die Kraft meiner Gedanken gehst du jetzt darüber ja Kraft meiner Gedanken gehst du jetzt darüber und dann die bewegt sich gar nicht da komme ich überhaupt nicht dran ist denn sowas möglich ja 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 ich kann sie nicht ich kriege sie nicht mit Pakt das gibts nicht Och komm du scheiß Kackwürstchen da geh da rüber ja ja nach 23 Minuten und jetzt 32 Sekunden des Videos des Let's Plays mein Gott Doktor Flex auch definitiv jetzt eine Erfrischungspause und ihr solltet euch die auch kennen denn wir sehen uns in der nächsten Folge ich will keine Dien mehr sehen ich kann es nicht mehr macht's gut tschüss